Er soll sie wiederholt zu ihren Handlungen aufgefordert und ihr gedroht haben, sie zu töten. Salma Hayek gehört auch zu den zahlreichen Frauen, die von Harvey Weinsteinl belästigt worden sind. In einem Artikel für die New York Times schilderte die mexikanische Schauspielerin, wie sie Weinstein 2002 während der Produktion des Dramas Frieda immer wieder abwehren musste. Der Filmproduzent reagierte nun mit einem offiziellen Statement auf die Anschuldigungen und streitet sie ab. Alle von Salma beschriebenen Hüllenvorwürfe sind nicht korrekt und andere, die bei den Ereignissen dabei waren, haben die Geschichte anders in Erinnerung, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem dem Magazin People vorliegt. Hayek hatte unter anderem beschrieben, dass er sie aufforderte, sich auszuziehen, ihr Massagen und Oral anbot. Sie habe stets verneint, was Weinstein extrem wütend gemacht hätte. Weinstein gibt rüpelhaftes Benehmen zu, gab aber zu, nach einer Vorstellung von Frieda wie von Hayek beschrieben ausgerastet zu sein. Weinstein nennt es rüpelhaftes Benehmen, das aus der Enttäuschung über den Schnitt des Films entstanden sei. Salma Hayek beschrieb außerdem, wie Weinstein sie bei den Dreharbeiten zur Frieda-Gallo-Biografie Frieda zu einer Sexszene genötigt habe. Sie sei darauf eingegangen, weil der Film sonst in Gefahr gewesen sei, habe die Szene jedoch nur mit Beruhigungstabletten und kotzend überstanden. Mr. Weinstein erinnert sich nicht daran, Salma zu einer freizügigen Sexszene mit einer weiblichen Kollegin gezwungen zu haben und war auch nicht vor Ort, als es gefilmt wurde, kontert Weinstein. Seit Oktober wird Weinstein mit den Vorwürfen dutzender Frauen konfrontiert, die immer le Belästigung oder sogar Vergewaltigung vorwerfen. Er streitet jegliche Form von nüller Gewalt ab, entschuldigte sich jedoch bei allen, die sein Verhalten verletzt haben könnte. Weinstein wurde von seiner Firma gekündigt und soll sich in Therapie befinden.